Hallo zusammen, Ei Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, verschlüsselte Siegelzeichen anzunehmen bei Conservator Ilta Leine in El Pasil, genauer gesagt in Shadow Glen, also das Startgebiet der Nachthelfen, ist soweit ich weiß, die erste Schurkenquest, also Klassenquest der Nachthelfen, sobald ihr die Vorquest abgeschlossen habt, das war das Gleichgewicht der Natur, also die habe ich aufgegeben und dann habe ich die zwei Quests jeweils Folge, die hier zeige ich euch. Und wie ihr seht, gibt es keine Quest-Verfolgung. Wenn man im Quest-Log Shift-Links-Klick macht, kann man auch nichts beobachten. Ich zeige euch aber, wohin man muss, also zu welchem NPC. Laut Quest soll man zu Trahun Schadwisper in Shadow Gurgling gehen. Der befindet sich hier in diesem Baum. Ich bin grad hinein gelaufen. Sollte euch das Video helfen, gerne Daumen hoch und total abonnieren. Würde mich sehr freuen und hilft mir auch. Und hier sieht man, wo man die Quest abgeben darf. Bei Fahun Schadwisper, so heißt es Schadewisper, nicht Schadwisper. Egal. Das Ganze in Deltvassil, Shadowglen. Ich kann nicht hineinzoomen, aber ihr habt ja meinen Weg verfolgt. Kann ich behilflich sein? Danke fürs Zuschauen. Hoffe ich konnte euch helfen. Ciao.